20 Podcasts Hier erzählen Frauen mit diverskulturellem Hintergrund. 20 Geschichten von neuen Deutschen. Sie leben seit 50, 25, seit ein paar Jahren in Deutschland. Einige sind hier geboren. Hier sind 20 Geschichten von aktiven Frauen. Sie machen sich stark für Menschen ohne Papiere, sie bauen Netzwerke für schwarze Frauen in Deutschland, für Frauen im Beruf, die als Migrantinnen in die zweite Reihe gestellt werden. Sie sind politisch aktiv in einer Partei und im Parlament. 20 aktive Frauen. Sie reden über Fortschritte, für die es einen langen Atem braucht und über das Glück, Teil der Lösung zu sein. Hier sind 20 Stimmen. Macht sie hörbar, sichtbar, findbar in den Kanälen und weit über sie hinaus. Für die